Alle Enttäuschungen zum Trotz. Der nächste Künstler in unserem Programm wird uns aber mit Sicherheit nicht enttäuschen, ganz im Gegenteil. Da band sich eine regelrechte Sensation an, denn auf dem Motto, der Hans, der Hans, jeder, seinen Plus zum ersten Mal auf Wienerisch singen. Dafür gemütlich einen besonderen Applaus, dem Hans Thesing. Applaus Guten Abend Hier im Saal und aller Zuhörer zu Hause am Radio-Bereich. Ich bin Holländer und ich weiß nicht, wieso die Mieter gerade heute ausgesucht haben für dieses Programm. Möglicherweise wollten sie sie eher akkord machen. Und ich bin auch Dialekt sprecher zu Hause. Also wir haben die Lautverschiebungen von A nach O. Und ausflucken wir das EM, also lesen, ist bei uns lesen. Und ich wohne schwecker vis-a-vis vom ehemaligen Ani Demut, wo ich oft bei dem Wiener Ritt dabei war und das sehr genossen habe, mit dem Lieberarztag. Und wo ich mich eingeladen habe, habe ich gedacht, was machst du da? Ich spiele aber auf und zu mit dem Ernst Meuthen, der wunderbare Texte schreibt, am meisten übersetzte. Und hier hat er eine Nummer von Johnny Cash übersetzt. Beim Cash heißt es, Give my love to Rose. Aber Rose ist er unöbliche Namen, in Wien. Deswegen heißt es, die Nummer hier ist nicht schön. Beim Cash heißt es, wir machen Wien. Wir machen Wien. Ein Blick genügt, der kommt heim, nimm er wein. Drum hacke ich mich nieder, hier am Wischband. Weil einer, der gleich abkreuzt, nimm es frei. Er sagt in Stein, haben sie mich auch schon überwohlen. Für den Blödsinn, ein Zehn Jahr, viel zu viel. Jetzt hab ich mich da durchs Lang, bis nach Dresdorf. Wenn ich mich da durchs Lang, bis nach Dresdorf und nach Dresdorf. Dresdorf und nach Dresdorf. Geh her, skib da lindschen, nach Busser. Bring ihr die zwei Kilowoyle. Sei so gut zu mir. Sag, mein Bur, wie findet er wirklich Läber? Und dann, bis nach Dresdorf. Und dann, bis nach Dresdorf. Und dann, bis nach Dresdorf. Wenn du mal an Faktier, Okay, ja, das Wort hat sie auszeugt, aber man sie letztlich nicht mehr dreift. Und der Lynchi braucht ein neichen Typ, war ewig lang, bleibst nicht so antragend. Schau, in dem Kubert, da san die zwei Kilo. Fühl is ned, kleine Gäste hauen. Gott sei Dank, hab wir zwar sie da getroffen, und jetzt leichte Wahrheit wär ich nie mehr olle. Geh her, skib der Lynchi, når man busser. Bring her, den zwei Kilo. Sag, so gut, so me. Sog man, boar mit Fender, mirkli laver. Geh her, skib der Lynchi, nicht mehr olle. Geh her, skib der Lynchi, nach man busser. Bring her, den zwei Kilo. Sag, so gut, so me. Sog man, boar mit Fender. Mein Buhl, mein Fender, wie er blieb, mein Wunderspusser, lecks da leckst, 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 leckst. Dankeschön, ich habe schön gewartet, wie es hier fertig ist, als wir applaudieren, weil ich auch vorher gehört, wenn man mit dem Applaus redet, gehört, kein Mensch, was da gesagt wird. Ja, das war Lentschi. Also meine erste Begegnung mit Wienerisch war ja 1979, und ich bin seit 1982 in Wien, und meine erste Begegnung mit einem Wiener Phänomen, ein hartes und weiches Day ist an ungefähr 283 Instanten. Als noch nicht EU-Bürger, ich war schon EU-Bürger, aber ich noch nicht. Da habe ich ziemlich viel Zeit in den Bäcker draußen verbracht, bei der fremden Polizei. Und das erste Mal, wo ich hingekommen bin, bin ich 16. am Gang. Da hat man sehr lange sitzen können. Und äh, da ist dann ein Herr zurückgekommen und sagte, und ich sagte, ich sage, ich bin der Tessink. Da habe ich gesagt, der ist jetzt oder hartes Day? Was haben wir damals sehr verwundert, war ich bei uns gibt's Day oder Day? Da habe ich gesagt, wer ist jetzt oder hartes Day? Genau, Tessink halt. Tessink wie Tango. Oder Teehera. Und dann sagte er, heute ist Day. Sie sind auf Zimmer 14. Warten so ein bisschen sind wir uns aufgerufen. Sieben Stunden später wurde ich aufgerufen. Warten so ein bisschen sehr freundlicher dauer, sie sagen, und dann sagt er, das ist das hier, das ist das hier. Das ist das hier, was ich gerne habe. Ich sage, dass ich das hier ist. dass ich das hier mit name ist. So wie Hitstink. Das sind wir nicht. Also ich habe mich immer gefunden, wieso die Leute das nicht schaffen, tessig zu sagen, weil ist irgendwas an einem Lokal, da gibt es tatsächlich nichts. Aber es macht mir eigentlich nichts, ich habe mich schon gehört. Und hier ist noch ein Lied, das habe ich auch vom Ernst. Ich habe da ein Lied gesungen, eine alte New Orleans Nummer, die heißt St. James Infirmary. Das ist ein Krankenhauslied. Und der Ernste hat gern so morbide Themen. Er hat gern so Leichen und Gefängnisse. Friedhöfe. Aber wenn man hier natürlich kein St. James Infirmary gab da, hat er das Übersetzung mit Rudolf, siehst du. Vorhin habe ich mir das zum Bier, drunter am Watzl, gar nicht bei. Die Leute sind gesessen, ganz normal beim Spritzen, ganz alter Manelei. Aber dann ziehe ich und nehme es kein Gehirn. Bei Augen so roh wie Blut. Auf so sagt er, dann würde er wieder erzählen, was mich so krönt. Du, ich war drüben mit der Rudolfs-Destung, dass ich mein Schatzel sehe. Und wenn ich einer komme, sagt er, was, das ist so dumm. Aber sie bin tot und kalt, dachte ich. Das ist okay. Soll ich geh nix für ungut. I won't stand soft, boi. Himmel an der Hölle. Ich schwörs bei meiner Söte. Ich finde, come on, so leave you, baby. Schöhn und Kleiner �ö. Meinen Servus stiebe mir vom Sprich Dass mir ein Krams mit meinen besten Huren Seck mir ein Zehner in der Wurz Und wenn's ein Franschen was Dass der Ober mit der Drüben etwas geben dur Sechs Haare tragen die Kisten Sechs Menschen singen an dir Dass man besser ist dir Und wenn du vieles blick Dass der Blurrock stießt und einen, mein Schiff Dass man besser ist dir Und wenn du vieles blick Dass der Blurrock stießt und einen, mein Schiff Es ist okay, soll ich gehen, ich führe ungrohe Aber wenn's nicht sagt, wo ich Ich muss unterhören, ich schwörs bei meiner Söhne Und wenn du vieles blickst, 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 wenn du vieles blick Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you.